Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zur Backfocus Folge vom 16.05.2017. Jetzt musste ich tatsächlich nochmal aufs Datum gucken, welcher Tag denn heute überhaupt genau ist, beziehungsweise morgen. Aber jetzt bin ich wieder bestens orientiert und drauf und dran, euch zu den News und interessanten Themen der vergangenen Woche zu begrüßen. Ein ganz besonderer Gruß geht heute von hier aus nach Heidelberg und einmal nach Hannover an den Udo, der mich in den letzten Tagen immer wieder mit Hinweisen auf brandaktuelle News versorgt hat. Einen oder zwei muss ich mir da tatsächlich noch angucken. Unter anderem gab es da irgendwas mit Fujifilm und Bier, das habe ich noch nicht so wirklich nachverfolgt. Alle anderen Sachen sehr wohl und ein Thema, beziehungsweise den Knaller der Woche, den hatte ich sowieso schon auf der Liste für heute. Denn es ist passiert, Polaroid, beziehungsweise die Rechte am geistigen Eigentum von Polaroid sind verkauft worden an eine Eigentümergruppe, die angeführt wird von Oskar Smolokowski, wenn ich das jetzt richtig abgelesen habe, Smolokowski. Derjenige ist kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Filmfotografie beziehungsweise Sofortbildfotografie. Denn mit 20 Prozent hält er einen sehr großen Anteil am Impossible Project und ist da auch CEO, leitet also da die strategischen Entscheidungen. Und ja, 70 Millionen munkelt man, war das Gesamtpaket von Polaroid wert. Das Ganze ist gekauft worden von einer Eigentümergruppe, die sich in 50 Ländern der Welt um Energie, um strategische Investitionen auf verschiedenen Bereichen führt. Ich zeige hier oben mal die Webseite von denen. Merkuria, ja, das ist also auch eine strategische Investition unter dem Gesichtspunkt. Man kann sich dann ungefähr vorstellen, welche Gewinnerwartungen dahinter stecken, beziehungsweise welche Umsatzerwartungen dahinter stecken. Sofortbild ist ein Riesenthema und anscheinend will man sich da im Vergleich zu Fuji noch wesentlich besser aufstellen. Was das für alte, für historische Formate bedeutet, das kann man bis jetzt noch nicht absehen. Interessant ist das auf jeden Fall. Und es hat das Potenzial, viel Gutes zu bewirken. Wir werden mal schauen, was da in nächster Zeit kommt. Und vor allen Dingen für die Qualität der Impossible Produkte kann das ja eigentlich nur dann nach oben gehen. Von so her bin ich da mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Über eine ganz interessante Auktion bin ich gestolpert. Und zwar nicht unter dem Gesichtspunkt, dass das eine besonders tolle Kamera ist, sondern die Idee dahinter. Denn viele Besitzer seltener, wertvoller Kameras, nicht nur von Agis Apularen, sondern vielleicht auch von Leicas oder von teuren Fujis oder Vogtländer Kameras, die kennen das. Wenn man unterwegs ist mit der Kamera, dann hat man doch so ein bisschen Angst, dass da ein Langfinger die Finger lang macht und einem die Kamera entreißt. Und um dem zu entgehen, ist jemand auf eine ganz, ganz findige Idee gekommen. Ich blende jetzt hier mal Bilder dazu ein. Die Kamera ist nicht in einem Zustand, nach dem sie aussieht, sondern sie ist tatsächlich neu und frisch überarbeitet. CL8 sozusagen. Ist also in einem Top-Zustand und das Gehäuse wurde speziell auf Kunden- bzw. Eigentümerwunsch so modifiziert, als hätte sie mindestens einen Untergang mit der Titanic und vielleicht die ein oder andere Eiszeit in der Arktis überlebt. Man muss schon ein ganz schöner Freak sein, glaube ich, um an dem Design Gefallen zu finden. Obwohl man hat natürlich damit ein waschechtes Unikat in den Handen. So eine Kamera, die findet man mit Sicherheit kein zweites Mal und dagegen sieht ehrlich gesagt jedes noch so elegante Bracing. Ich erinnere da bloß an die Lenny Kravitz Edition von Leica mit dem künstlich herbeigerufenen Alterungsspuren. Ja, dagegen sieht jede dieser Kameras ganz, ganz, ganz bescheiden aus und so ein Bracing ist dagegen schon fast langweilig. Eine Tatsache, die mich persönlich ganz besonders gefreut hat, ist die Tatsache, dass die Riege der analog 25 Euro Challenge Teilnehmer um zwei Personen angewachsen ist. Und zwar haben die Kanäle von German Retro Kamera und von Bugis Fotokiste beide sich dieser Challenge gewidmet und die erfolgreich bestritten. Besonders Bugi hat da mit gleich zwei Kameras für unter 25 Euro wohl den absoluten Vogel abgeschossen. Also so gut ausgestattet ist da noch keiner aus der Challenge rausgekommen. Beide haben Videos dazu gemacht. Der eine, nämlich German Retro Kamera, hat zwei Teile gemacht, so ein bisschen auch zu der Entstehungsgeschichte und dann zu den Ergebnissen. Und beim Bugi gibt es das Ganze in einem Video auch mit Bildern zu sehen. Auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben. Bei den Videos habe ich das schon hinterlassen. Jetzt auch nochmal hier in meinem Video. Ihr findet das Ganze bei mir in der Playliste. Da gibt es eine 25 Euro Challenge Playliste. Wenn ihr da auch rein wollt, guckt euch mal Backfocus 11, ist das glaube ich, an. Da sind die Regeln nochmal zur 25 Euro Challenge. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, aufgerufen, euch auch dazu beteiligen, ein Video dazu zu machen. Und ich denke, dann erhalten die Anfänger, die Einsteiger, die sagen, ich möchte für ganz kleines Geld mal die analoge Fotografie ausprobieren. Eine breite Palette an Auswahlmöglichkeiten, wie man tatsächlich mit ganz kleiner Kohle da durchstarten kann. Und ja, das ist doch das, was wir eigentlich alle wollen. Noch mehr Leute, noch mehr Menschen für die Filmfotografie begeistern. Deswegen von mir ein ganz herzliches Dankeschön an euch, die ihr da mitgemacht habt. Finde ich großartig, hat mir Spaß gemacht, habe mir die Videos angeguckt und fand das richtig toll. Also danke dafür. Daumen hoch und den Link gibt es unten in den Shownotes. Einen weiteren ganz tollen Film zum Thema analoge Fotografie habe ich gefunden. Ja, wie erkläre ich das Ganze am besten, ohne zu viel zu verraten. Also erst mal so ein bisschen das Grobe drumherum. Der Film ist entstanden im Rahmen, jetzt muss ich auf meine Notizen gucken, des Masterstudiengangs Technische Redaktionen und Multimediale Dokumentation der TH Mittelhessen. Und es wird nicht besser, wenn ich jetzt versuche, die Namen derjenigen zu verlesen, die für das Ganze verantwortlich sind. Ich glaube, die Namen sind absichtlich ausgesucht, um freundliche Berichterstatter wie mich völlig aus der Fassung und aus dem Konzept zu bringen. An euch, die ihr da gemeint seid, falls ich mit den Namen mich hier völlig verhaspel, ich bitte schon mal im Vorhinein um herzliche Entschuldigung. Ihr habt es mir aber auch nicht leicht gemacht. Also ich versuche das jetzt. Die drei, die das zu verantworten haben, diesen Film, sind Liana Gigi Naisvili, Beatrice Nathalie Christ und Annika Wert. Nach hinten raus wird es mal leichter. Ich schreibe die Namen aber auch definitiv unten in die Shownotes zusammen mit einem Link zu dem Video, aus dem ihr hier oben schon mal Ausschnitte seht. Es geht um einen jungen Mann, der des digitalen Fotografierens, ob der Vielzahl der Bilder überdrüssig ist und von der analogen Fotografie sich inspirieren lässt. Sagen wir es mal so. Schaut euch den Film an. Wie gesagt, es ist eher ein Kurzfilm, weniger ein technisch oder sonst wie basiertes Video, auch wenn das eine Rolle, aber ich verrate schon wieder zu viel. Guckt es euch einfach an. Es ist ein schön gemachter Film, der mit Sicherheit mehr Klicks verdient hat, zumal er das Thema analoge Fotografie auf eine schöne Weise näher bringt und ja, einfach ein schönes Projekt. Ein schönes Projekt, das hatte ich auch. Ich muss mal eben hier hinter mich greifen, denn ich habe kurz bevor ich angefangen habe, das Video zu drehen, noch den die Ernte vom Sonntag eingefahren. Mal gucken, dass mir die hier nicht runterfallen. Also reichlich viele frisch entwickelte Filme aus meiner niegelnagelneuen Entwicklungsmaschine. Auch dazu ist schon ein Video vorbereitet, sowohl zum Thema Diafilm entwickeln. Das habe ich nämlich am Samstag gemacht und dann am Sonntag C41. Ja, also E6 nicht mehr im Waschbecken, sondern in der Maschine, als auch zur Filmetta selber. Die stelle ich euch dann auch in einem Video vor. Und ja, ich muss da Abbitte leisten. Das Thema Scanner ist endlich so gut wie fertig. Ich muss noch einen Screencast drehen, also einen Bildschirm-Mitschnitt, das Ganze dann vertonen und dann ist der dritte Teil auch endlich geschafft. Ich musste mich da tatsächlich erst noch in die neue Version von Silverfast ein bisschen reinarbeiten, damit ich da auch kein Tinev erzähle. Ja, für alle, die so lange gewartet haben, danke für die Geduld. Ich denke, es wird ein interessantes Video. Ich habe dann auch beim Dreh gemerkt, zu viel dürft ihr nicht erwarten. Im Sinne, ich erkläre Silverfast, Epson Scan und View Scan komplett in allen Parametern. Das würde den Rahmen definitiv sprengen. Ich habe versucht, so ein bisschen einen Überblick zu gestalten, habe dann aber auch gemerkt, ich muss irgendwo dann Kratz setzen, denn ansonsten habe ich dann acht Stunden Video zu jedem dieser Scan-Programme. Das ist also der Fahrplan für die nächsten Tage. Bei euch bedanke ich mich für den Moment, fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer an dieser Stelle ganz viel Spaß, schießt ganz viel Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.